Ich habe meinen Teil der Vertragsbedingungen erfüllt. Jetzt sind Sie dran. Und damit das klar ist, ich bestehe auf meinen Anspruch. Ich weiß nicht, die gesagt hat, dass mich die Pille zu dick macht. Das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten noch, dass man... Ich will dieses Kind. Schluss aus. Hey, ich bin Stella. Ich habe mich gefragt, ob du mal Lust hast, mit mir und meiner kleinen Tochter mal einen kleinen Ausflug zu machen. Du hast nur Tochter? Ja klar, warum nicht? Wie war es am Sonntag? Ja, klar. Das neue Geschirr. Elisabeth hat es gesehen und wird das natürlich unbedingt haben. Ist... ist schön. Was führt dich denn her? Ich... Ich wollte fragen, ob ich... Si... Ich... Ich... Euer Christian. Ich il elementos jetzt. È... Untertitelung des ZDF, 2020